Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das war schön. Okay, kann man verwenden. Guten Morgen! Ach, guten Morgen. Hallo! Nee, das ist Frühstückstipps. Warum reagiert jeder so? Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, Julian. Wie geht es dir? Ja, jetzt bin ich hier. Ey, ich bin so wach, ausgeschlafen. Ich weiß nicht, wann hast du meine Entfernung? Als ich meinen Wecker gestellt habe, hieß es nach 3 Stunden 15. Das war schön, danke dir. Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Sander, was machst du gerade? Das, was du eigentlich auch machen musst. Was denn? Frühstück. Ich habe schon gefrühstückt. Frühstück machen für dich anderen. Das klingt mir nach Sozialismus. Schst! Guten Morgen, Julian. Ach, guten Morgen, Julian. Schöne Kamera hast du da. Danke! Ich habe viel besser jetzt die Kamera weglegen und helfen. Ich helfe doch. Ich helfe doch. Mh, mh. Mach da nicht. Mh, mh. Na, was frühstückt ihr denn? Moin! Müsli. Alter, wie kannst du heute so eine Energie haben, bitte? Ich habe nicht verschlafen. Das sind die letzten Reserven. Gar nicht. Hast du auch nicht geschlafen? Ich war sogar zu Hause. Das fühlt sich richtig seltsam an. Alex, was hast du denn da alles gegessen und mir mehr übrig gelassen? Ich esse ja noch. Jaaa. Ich habe gerade einfach so zu Hause gegessen. So ein bisschen so guten Morgen. Ich finde es schön, dass die Sonne scheint. Good vibes only. Und ich freue mich auf den Tag. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ab in die... Nee, Kaffee und Tasse reimt sich gar nicht mehr. Kaffee, 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 Ab in die Tasse. Vielleicht fragen wir mich nochmal, nachdem ich noch zwei Tassen habe. Mh, Simon, was frühstückst du denn da? Ich frühstücke Nutella-Brot. Können wir Nutella sagen? Oh, sorry. Schoko-Creme-Brot. Ähm, einer begannten Firma, die auch Hanuta herstellt. Nee, ich glaube. Ich glaube, die gehören zusammen. Nutella, Nutella. Das ist alles für Rehung, ja. Ja, ne, alles für Rehung. Alles für Rehung. Wird dir was auch richtig gut hin? BMW. Wir kaufen. Nice, BMW. Boah, da kommt der. Ein Apfel für den Simon, der gibt Kraft, der gibt Power. Das ist geschmecken, Simon. Dankeschön, Julian. Danke dir. Einen wunderschönen guten Morgen, wenn mir dabei jetzt der Zahn bricht oder rausfällt. Wo war die Feier gestern? Die war spitzenmäßig. Wie geht's dir? Etwas verkatert? Nö. Das ist doch alles rausgetanzt. Ah, gestern dancen? Mhm. Und wenn ihr dabei noch fest geht, halt. Oh. Krass. Wow. Ja, das hast du gekommen, ne? Ich hab, ich... Ah, okay. Muss ich auch noch durchlesen. Yeah. Ja. Es geht ab. Es geht ab. Ja. Weißt du, wie ich das die Wiese unterstellen kann? Das ist ja voll überlegt. Und das ist wirklich um der Glatte. Also, ich finde unglaublich. Dreh mal. Cool. Danke. Wir sind hier gerade auf Arena, dem Theater, Kunst und was auch immer am Festival. Wir haben alle zusammen eine richtig gute Zeit. Ja. Würdest du vielleicht noch irgendwie was Witziges sagen? Weil das war jetzt bisher ziemlich langweilig. Ja. Nee, ich möchte nicht. Möchte ich jetzt nicht. Erzähl doch den Witz. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin Lena und ich bin im Partybereich. Im Partybereich? Das heißt, du machst eigentlich die ganze Zeit nur Partys, oder? Ja, ne. Also, ob du stattfindest oder so. Ja. Ich hab dich eigentlich nie, nie nüchtern gesehen. Hi. Ja. Ich fühl's. Noch eine. Und die letzte. Oh, ja. Ähm. Penis ist meistens krumm. Überall ist, glaub ich, der Einzige, der dann nach dem Abend noch mit mir geredet hat. Ja. Yo. Wir pippen jetzt ein T-Shirt. Dazu braucht ihr einfach nur ein T-Shirt, was ziemlich crappy ist. Und ne Schere. So. Guck mal, wie das jetzt funktioniert. Ich möchte dich am besten ausstrecken, straffen. Wenn ihr einen Freund habt, könnt ihr das schon festhalten. Ich hab jetzt keinen da. Hab alle meine Bros angerufen, aber die haben alle was zu tun. So. Und dann machst du einfach. Schneidest du hier neben der Naht, damit die Naht noch da ist. Damit das nicht ausfranst. Und dann gehst du hier einfach ganz entspannt durch. Und hast schon mal hier ein T-Shirt. Ja. Sieht aus wie ein Lössack. Du siehst aus wie das Kind, das in der Schule nicht viele Freunde hatte. Das war bis jetzt noch keiner. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gladi. Guten Morgen, Fulian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab viel zu nicht eingeführt. Ich dachte, ich wüsste... Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Onni. Es ist ein schöner Tag. Was gibt auch schon Frühstück? Oh, ist okay. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach so, Guten Morgen. Guten Morgen. Sorry. Guten Morgen. Guten Morgen. Sarah, guten Morgen. Guten Morgen. Hey! Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen geht ab. Hey. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Kameramann. Na, wie geht's? Gut. Wollt ihr doch da? Ja, natürlich. Gute Morgen, Gute Morgen, Gute Morgen, Gute Morgen, Gute Morgen, Gute Morgen, Tschüss Rebekka, Gute Morgen, 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 Gute Morgen für den morgen. Wofür ist das? Für das After-Movie. Für das After-Movie. Okay, dann muss ich cool tanzen und dann wird da Musik eingeblendet. Das Rutsche ist ja ganz schön. Sie hat nichts in ihr. Sie hat noch nicht ganz... Und was wird der Erzeugung von deiner Kittel? Nein. Essen und schlafen. Essen und glasen. Na? Schönen Grillteller essen. Ja. Schmeckt gut. Ey, yo Basti, spiel ein paar Reins. Alright. Yo, Arena Festival, das ist der Shit. Die Aufführungen, die waren ziemlich lit. Das Arena Festival für Performance, Tanz und Theater. Nächstes Jahr, wir sind alle startklar. Ey, yo Oli, spiel ein paar Reins. Nein. Ey, yo David, spiel ein paar Reins. Haus, Maus, Raus, Strauß. Didi, mein Beutel ist fertig. Ja, dann spiel doch mal ein paar Reins. Was? Yo, hab mir grad nen gute Beutel gemacht. Dann steh ich hier. Und lach. Spiel vielleicht ein bisschen Schach. An der Wacht. Ach. Ach. Ey, yo Oli, spiel ein paar Reins. Yo, wir sind hier bei Arena. Das ist für mich kein Thema. Weil ich steh hier am Grill und chill. Boom! Oli, out! Ey, yo David. Ey, yo. Spiel ein paar Reins. Ey, yo David. Spiel ein paar Reins. Spiel ein paar Reins, Digga. Spiel ein paar Reins. Spiel ein paar Reins. Spiel ein paar Reins. Spiel ein paar Reins. Nass. Ey, yo David. Spiel ein paar Reins jetzt. Spiel ein paar Reins. Spiel ein paar Reins. Dein Heer ist gelockt. Dein Heer. Dein Heer. Dein Heer ist gelockt. Ey, yo David. Du bist so hässlich. Spiel ein paar Reins. Jetzt gute Beutel. Ey, yo Simon. Ja. Spiel ein paar Reins. Okay. Eines Morgens, eines Morgens bin ich aufgewacht. Noch. Ey, yo Partybeauftragte. Ist da gefilmt? Ich bitte ein paar Reins. Ich kann nicht reinen. Schon wieder. Oh Gott. Nice. Wir sitzen hier im Festivalzentrum. Und ich bin so saumöde. Und ich kann nicht reinen. Word. Ähm. Warum bin ich eigentlich jetzt derjenige, der die ganze Zeit rappt? Ich kann es wahrscheinlich um einige schlechter als du. Ja, wahrscheinlich. Wie bitte? Wahrscheinlich. Wie bitte? Aber nur wahrscheinlich. Achso. Ja, ich setze mich mal neben dich. Ich wollte eigentlich schon lange gehen. Wir gehen jetzt rüber in den Raum zum Schneiden. Ich wollte das zwar eigentlich vermeiden. Aber glaubt mir, Digga, du solltest eigentlich rappen. Du machst dich vor allen Leuten nur zum Deppen. Ja. War voll gut. Ja. Macht mit euch richtig Spaß. Echt jetzt. Mhm. Und zwar. Ja, ich bin froh, dass ich, nicht froh, sondern froh, dass ich hier bin. Ich finde das schön, dass du filmst. Julian, danke. Danke, dass du filmst. Danke. Vielen Dank. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich hier bin. Geschmackssache. Aber hast du dir folgen? Nein. Schön. Er hat gesagt, das ist Geschmackssache. Was? Das ist Geschmackssache? Unser Video oder was? Nein, nein, das Video ist klasse. Ich bin froh, dass ich hier bin oder schüsse? Und keine kleine N aikaha, Franco, auf 획nger Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.